Eher winzig. Eta Carinae zum Beispiel strahlt mit etwa 5 Millionen Mal größerer Leuchtkraft als unsere Sonne. Beta Goitze wiederum ist 300 Mal größer als Eta Carinae. Wäre Beta Goitze unsere Sonne, füllte sie mehr als die Hälfte unseres Sonnensystems aus. Und dann gäbe es noch dieses Monstrum, VY Canis Majoris, der gewaltigste Stern, der je entdeckt wurde. Eine Milliarde Mal größer als unsere Sonne.